Mit Bitcoin-Mining zu Hause warm haben und zu heizen. Um das geht es heute. Da gibt es eine spezielle Firma, 21 Energy, und die haben mit Rette Dein Geld jetzt eine offizielle Partnerschaft. Die haben Produkte, einen Heater, einen kleinen Ofen oder einen Heizschwammerl, wie ich so schön sage, wo ein so ein Bitcoin-Miner verbaut ist. Und um das geht es sozusagen heute in diesem Video. Schaut es euch an, bleibt uns gewogen bei Rette Dein Geld. Lasst ein Like da oder ein Abo für weitere Infos. Und jetzt viel Spaß mit dem Bitcoin-Hater-Video. Herzlich willkommen zu Rette Dein Geld von und mit mir, Matthias Reda, heute mit einer Ankündigung, eine neue Partnerschaft, und zwar mit 21 Energy. Und da darf ich heute den Maximilian Obwechser begrüßen, den Geschäftsführer von 21 Energy. Servus, Max, grüß dich. Servus, Matthias, freue mich, hier zu sein. Vielen Dank. Mit dem Maximilian werden wir heute sprechen. Ja, seinen Werdegang zu der sehr interessanten Firma 21 Energy. Und da darf ich eines gleich ein bisschen vorausnehmen. Hier in meinem Büro, da steht nämlich sein Produkt. Sorry, Maximilian, ich zeige das gleich mal her. Weil das Produkt wärmt mein Büro. Und um das soll es sozusagen auch gehen, jetzt in der Kältezeit. Aber lieber Maximilian, wie bist du oder ihr zu der Idee 21 Energy gekommen und welches Problem löst ihr für den Kunden? Also es hat so begonnen. Ich habe seit 2017 eine Werbeagentur betrieben und habe immer, wenn wir zum Beispiel Videos gerendert haben, haben wir gemerkt, okay, es wird richtig warm im Büro. Und das ist einmal so, es ist Grundprinzip, jedes Watt, was in einen Computer reinfließt, wird in Wärme umgewandelt. Ob das jetzt die Grafikkarte beim Videorendern ist oder eben bei einem Bitcoin-Miner, jedes Watt wird in Wärme umgewandelt. Und dann ist es so gekommen, dass ich alleine in einem viel zu großen Haus kurzfristig gewohnt habe und habe dort, dass dieses ältere Haus warm bleibt über den Winter, 2000 Liter Heizöl benötigt, dass es eine Person warm hat, was halt heizkostentechnisch ziemlich ineffizient und absurd ist, dass es eine Person warm hat. Und dann ist mir wieder die Idee gekommen, mit Bitcoin habe ich mich schon beschäftigt. Dann habe ich im Kopf gehabt, Computer, die festrechnen müssen, produzieren viel Wärme und habe dann den Connex geschlossen mit Bitcoin-Mining. Und habe mich dann mal auf die Reise begeben, habe da mal schnell drüber gerechnet, habe am Anfang die ersten zwei Winter noch mit Grafikkarten gemacht und den einen oder anderen Coin gemeint. Und dann 2022 ist auch bei mir in der persönlichen Reise immer mehr Richtung Bitcoin-Only gegangen, habe dann dann die ersten Excel-Tabellen aufgestellt, ob das mit Bitcoin-Miner genauso gut funktionieren würde, wie mit den Grafikkarten, die wir sowieso sehr viel über die Werbeagentur hatten, auch mit Bitcoin-Miner funktioniert. Und die Excel-Tabelle hat dann ergeben, ja, definitiv, das macht auf jeden Fall Sinn. Nur die ganz große Challenge war natürlich, so ein Bitcoin-Miner, wenn man mal schon so ein Video gesehen hat von so einer Bitcoin-Mining-Farm, so ein Bitcoin-Miner, ein Klassischer, der hat 90 Dezibel, da ist man eher im Territorium von, man hat ein Motorrad im Wohnzimmer. Okay, jetzt macht es zwar ökonomisch Sinn, aber bekommen wir aus diesem Bitcoin-Miner auch irgendwie das so hin, dass der auch wohnzimmertauglich ist und wir die Wärme dann im Wohnzimmer, wo man sie benötigt, produzieren können. Und so habe ich dann im Sommer 2022 mit den ersten Prototypen begonnen und da hat sich dann recht schnell gezeigt, mit dem einen oder anderen Software-Trick, kombiniert mit deutlich größeren, besseren Lüftern, besseren Kühlkörpern und Dämmmaterialien, schafft man es sehr wohl, auch so einen lauten Bitcoin-Miner auf Wohnzimmer-Lautstrecke runterzubringen. Und ja, das war dann recht schnell. Okay, ich spare jeden Winter 2000 Liter Heizöl ein, habe in Summe dann in 4000 Euro weniger Heizkosten, weil ich ja mit dem Bitcoin-Mining dann in diesem Jahr noch im Plus war, in Summe 4000 Euro, im Schnitt Heizkosten pro Winter gespart und mit 100% Tiroler Wasserkraftstrom, ich wohne in Tirol, geheizt anstatt mit Erdöl. Das heißt, knapp 10 Tonnen CO2 eingespart, massiv Heizkosten gespart und noch meinen Teil zur Energiewende beigetragen, weil Energiewende bedeutet ja nichts anderes als wie die Elektrifizierung von allem. Das heißt, sollte mal die Energiewende abgeschlossen sein, sollten auch alle Heizungen mit Strom funktionieren, ist natürlich noch ein sehr, sehr weiter Weg. Aber ich glaube, das war dann so eine klassische Win-Win-Win-Situation, günstiger Heizen, nachhaltiger Heizen und noch einen Teil zur Energiewende beitragen. Dann war der Entschluss da, jetzt machen wir aus dieser Bastlerlösung ein Plug-and-Play-Produkt, weil für mich war es einfach ein No-Brainer, dass das sehr sinnvoll sein könnte. Also, ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, liebe Leute da draußen, falls ihr es nicht wisst, wenn ihr ein Handy habt und da sozusagen viele Videos anschaut, also Rechenoperationen, ihr habt 17 Apps offen etc., ihr merkt da hinten, das Handy wird warm. Dasselbe passiert auch bei euren Laptops oder bei den iPads etc. Das heißt, wenn ihr viele Programme habt, einfach diese Platinen, wenn die viele Rechenoperationen machen müssen, dann wird das warm, dann produziert das Wärme. So, und das jetzt umgelegt, jetzt nochmals übersetzt von dem, was der Maximilian macht, der hat dann natürlich die Idee gehabt, okay, Bitcoin-Miner, also quasi, wenn ich Rechenleistungen dem Netzwerk zuschalte, dann produziert diese Hardware Abwärme. Und diese Abwärme, die nutzt eben der Maximilian für sein Produkt. Und das zeige ich jetzt da hier nochmals her, weil er und sein Team, die haben einen Weg gefunden, um die Lautstärke, das Design und natürlich das Plug & Play, das heißt, also diese einfache Inbetriebnahme dieses sozusagen Hitters, ich sage immer Bitcoin-Heizschwammerl in Österreich, dieses Bitcoin-Heizschwammerl sozusagen zu produzieren. Und das kann man eben beim Maximilian Online super einfach bestellen und sich per Post einfach liefern lassen. So, jetzt jetzt noch mal zu der Grundkonstruktion. Was mich jetzt noch interessieren würde, lieber Maximilian, wenn die Leute eine Problemstellung der Wärme, also wir haben jetzt sozusagen diese Kältezeit, ja, also für wen genau ist sozusagen euer Produkt eigentlich geeignet? Vielleicht noch mal ganz kurz eben die Veranschaulichung, ob man jetzt einen Bitcoin-Miner mit 1000 Watt betreibt oder einen Heizlüfter mit 1000 Watt betreibt, beide produzieren genau gleich viel Wärme, aber eben bei diesem Hochleistungskomputer, dem Bitcoin-Miner, hat man Milliarden von Berechnungen zusätzlich on top pro Sekunde und für diesen zusätzlichen Mehrwert wird man eben entlohnt und dadurch wird es eben günstiger. Also man wird dafür bezahlt, dass man die Heizung betreibt, den Bitcoin-Miner, man produziert Bitcoin und dadurch kann es billiger werden, weil im ersten Moment ist natürlich eine Stromheizung teurer als eine Ölheizung, aber durch die Einnahmen durch das Bitcoin-Mining wird es dann drastisch billiger. Kann es drastisch billiger werden, kommt natürlich auf ein paar Rohstoffzahlen drauf an, Rohstoffpreise drauf an. Ja, für wen ist das was? Zum Beispiel für jeden mit einer Ölheizung, der sagt, ich möchte weniger CO2 ausstoßen oder ich möchte Heizkosten sparen. Das ist mal definitiv ein Einsatzort, jeder der Heizkosten sparen möchte oder seinen Teil zur Energiewende beitragen möchte. Diese Geräte sind jetzt sicher nicht komplett ident vom Komfort her mit einer Zentralheizung, aber sie bieten den Vorteil, dass sie nachhaltiger sind und teilweise drastisch günstiger im Betrieb sind als die bestehenden Gas- oder Ölheizungen. Und dann gibt es aber noch ein zweites cooles Zielgruppensegment und das sind Leute mit einer PV-Anlage, die ihren Strom selbst produzieren. Das ist natürlich eher ein Einsatzzweck für den Sommer, auch im Winter, aber großteils natürlich im Sommer. Wenn man viele Sonnenstunden hat und Überschussstrom produziert, kann man den auf der einen Seite entweder einspeisen und bekommt inzwischen recht niedrige Einspeisevergütungen oder man produziert mit dem selbst produzierten Strom Bitcoins draus, hat dann vielleicht im Sommer keinen Nutzen für die Abwärme und theoretisch gibt es auch Use Cases wie Keller trocknen oder Waschküche wird trocknen und die Wäsche wird schneller trocken oder wir haben auch einen Kunden, der mit Hackschnitzeltrocknung betreibt. Also es gibt schon auch Use Cases im Sommer für die Abwärme, aber im Normalfall, wenn man dann zum Beispiel statt der Einspeisevergütung von 10 Cent zum Beispiel dann auf einmal über das Bitcoin-Mining über 20 Cent bekommt, hat man auch so eine kürzere Amortisierungszeit bei der PV-Anlage durch Bitcoin-Mining oder eben durch den eigenen Überschussstrom-Monetarisierung. Also ich mache meinen eigenen Überschussstrom selbst zu Geld zu Bitcoin. Das ist der zweite große Einsatzzweck. Kurz zusammenfass, also alle, die vielleicht selbst eine Stromquelle haben, das kann ja auch ein Balkonkraftwerk sein, da spreche ich mit mir an, ich habe mir ein Balkonkraftwerk zugelegt, okay, das produziert halt nur 420 Watt, glaube ich, aber euer Heater, der Kleine, sozusagen, der braucht nur 500 Watt. Das heißt, in einer normalen Sonnenstunde, während des, auch während des Winters, ja, wo ich vielleicht 300-400 Watt produziere, kostet mich sozusagen mein warmes Büro im Winter, ich würde jetzt mal behaupten, zwischen 100-200 Watt, wenn ich denn sozusagen im Büro sitze und das ist ja auch nur in der normalen Tageszeit. Das heißt, ich sehe hier schon eine Zielgruppe, vor allem in den Bürozeiten, also auch für Unternehmen da draußen, ja, die natürlich ihre Büros für die Mitarbeiter heizen müssen, auch Vermieter vielleicht, ja, die sagen, okay, in diese Mietwohnung, gerade in Wien, ja, wo auch sehr viel mit Strom, aber auch natürlich mit Ölheizungen etc. geheizt wird, da kann das wirklich eine Alternative sein, da kann man sich das durchrechnen und mit Plug and Play quasi für jedes Zimmer sozusagen einfach einsteckbar, anschließbar, ja, man braucht natürlich ein stabiles WLAN, ja, aber ansonsten, ja, und dann wird es warm, ja, retten wir vielleicht nochmals kurz über die Räume, also was ist sozusagen für den Heater, für das Heizschwammer sozusagen der ideale Raum, ja, weil wir ja keinen 200 Quadratmeter Saal damit heizen können, aber was sind da eure Erfahrungswerte? Also wir haben zwei kleine Modelle, den Ofen und den Ofen Pro, da sind wir, also der Ofen Pro schafft bis zu 44 Quadratmeter und der Ofen, da sind wir nachher eher bei Ende, also knapp 40 Quadratmeter, was man damit von einem durchschnittlich gedämmten Haus heizt, das heißt, wenn man jetzt einen sehr alten Baustandard hat, kann es natürlich weniger sein, wenn es ein niedriger Energiehaus ist oder Passivhaus, kann man damit deutlich mehr als die 44 Quadratmeter heizen, was auch noch ganz wichtig ist, man kann die Bitcoin-Heizung einstellen, also die läuft nicht immer mit 500 Watt, man kann die einstellen, soll die mit 300 Watt laufen oder der Ofen Pro, der läuft genauso auch mit 1100 Watt, also man kann, das ist eine ziemlich lineare Funktion, indem man einfach mehr Rechenoperationen durchführt, benötigt man mehr Strom, dadurch produziert man mehr Wärme und erhaltet mehr Bitcoin, also das ist eine recht lineare Funktion und kann so dann den Wärme, die Wärmeproduktion und das Mining genau so steuern, wie man gerade den Wärmebedarf hat, im Jänner, wenn es bitterkalt ist, wird man die Heizung dann vielleicht eher auf der höchsten Stufe laufen lassen und im März, wenn es dann schon recht warm wird oder April, in der Übergangszeit wird sie dann vielleicht, reicht es, wenn sie auf 30% läuft, die Bitcoin-Heizung. Der Ofen Pro hat auch einen Dermostat, das heißt, man kann auch einfach einstellen, ich möchte, dass das Zimmer durchgehend auf 21 Grad gehalten wird und die Bitcoin-Heizung im Hintergrund macht es dann vollautomatisch, indem sie die Rechenleistungen nach oben oder nach unten fährt, dass der Raum immer auf 21 Grad gehalten wird. Super, super, also, liebe Leute, schaut euch das an auf 21energy.io, das ist sozusagen die Homepage, es gibt hier auch einen Werbercode für Rette Dein Geld, RTG, darf ich auch sagen, gibt es 5%, schaut euch das einmal an, könnt ihr euch sozusagen durchklicken, Ofen Pro und Ofen, also das sind die zwei Produkte, gibt es auch momentan einen Sales, muss ich auch dazu sagen, also, einfach einmal online schauen und sich informieren und natürlich weiter Rette Dein Geld folgen mit sozusagen Partnern wie den Maximilian etc., also da sind wirklich ganz, ganz tolle Produkte und Dienstleistungen drin und da gibt es sicherlich die nächsten Wochen und Monate mehr Videos davon. In diesem Sinne, lieber Maximilian, vielen Dank für deine Zeit und ich sage, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Matthias, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Matthias,